Musik Es schnee, lehrt, 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 lehrt. Es schnee, lehrt, 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 lehrt jeweils Sprügele aufs Köpfle jedem Kühn. Hey, Adventszeit, kurz vor Weihnachten. Kein Grund also den Blues zu kriegen, sondern unbedingt sich auf Weihnachten freuen. Und jetzt zur Werbung. Das ideale Weihnachtsgeschenk. Die Karten für das anstehende Cantuti-Konzert am 13.01. in Wehingen. Nach großem Erfolg im Frühjahr in Tuttlingen. Nochmal das Programm jetzt. Kommen alle rückgezimmer in der kalten Jahreszeit. Ganz wunderbare Sache. Mir freut uns auf euch. Schöne Weihnachten. Wünscht Cantuti.